hallo meine freunde ich wünsche euch einen freundlichen und liebevollen tag und begrüße euch zu einem neuen video der 18 tag der 30 tage challenge und gewichtsmäßig gab es jetzt wieder ein paar kleine rückschritte ich werde euch erzählen warum das dazu gekommen ist also ich bin heute wieder sehr also in anführungszeichen der relativ lange tour gelaufen diese laufmuster was ihr hier seht habt ihr gestern schon gesehen aber gestern bin ich ja diese weite runde gelaufen die erweiterung diesmal bin ich noch eine innenrunde gelaufen da habe ich schon mal gemessen die ist 3,9 3,4 quatsch 3,95 kilometer und zwar hier losgelaufen dann hier den ja den innenring hier 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 runter hier 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 hoch hier runter und dann ja bis hier und diese runde ist mein sohn mitgelaufen der wollte diesmal laufen und das war quasi auch so ein bisschen ja sozusagen mein mein klumpfuß er hat nämlich gesagt er schafft die fünf kilometer schaffte und schon nach 800 meter ist ihm das erste mal die puste ausgegangen also da waren wir ungefähr hier hier so in dem bereich da da war schon das erste mal die luft weg und das ging dann immer so alle paar hundert meter so wir werden gleich noch mal zu den kilometern her kommen also bis bis ich mich von ihm getrennt habe das war nach der ersten runde ungefähr hier bin ich sehr langsam gelaufen weil ich immer wieder auf ihn warten musste ich habe gedacht na ja ich kann ihm ja nicht weg rennen und dann habe ich immer wieder gewartet dann habe ich gesagt hier trinkt noch mal was und also die ersten dreieinhalb bis vier kilometer die waren halt sehr langsam das können wir nachher auch noch mal bei der zeit sehen und dann bin ich halt alleine gelaufen die zweite große runde und hier habe ich dann abgekürzt übrigens hier so in diesem bereich ich glaube hier ist das thumbnail entstanden das hat mein sohn gemacht also ich bin dann an ihm vorbeigelaufen und er hat das foto gemacht deswegen ist es auch ein bisschen verwackelt aber ich fand es trotzdem ganz nett ja also nächstes mal wenn ich mit ihm laufen sollte dann wieder er mit dem rad weil das war dann schon ein bisschen anstrengend also die erste kleine runde die ich gelaufen bin so kommen wir mal zu den zeiten beziehungsweise ich zeige euch noch mal genau dass ich achso mir ist das irgendwann ist mir hier der lauf unterbrochen also diese zwei laufrunden bin ich gelaufen und ihr könnt das hier mal sehen was ich euch gerade gezeigt habe so also hier losgelaufen ja dann hier dann hier die runde so und hier wie gesagt habe ich mich von meinem sohn getrennt erst dann hier das stück alleine gelaufen und hier wieder runter und jetzt können wir hier wunderbar sehen wie sich die zeit entwickelt hat also die erste runde mit meinem sohn zusammen sieben minuten und eine sekunde die zweite noch langsamer weil da ist er tatsächlich halt gegangen teilweise und ich bin halt mitgegangen sieben minuten 25 der zweite kilometer hier habe ich dann gesagt mensch naja egal dann laufen wir halt getrennt ich habe aber dann auch wieder auf ihn gewartet also hier können wir auch schon mal was sehen und ab hier bin ich dann alleine komplett alleine gelaufen und wir sehen das dann die zeiten wurden immer schneller hier ist mir dann mein also quasi ich habe habe auf pause drücken wollen weil ich da eine ampel hatte und habe das handy angehalten und der hat anstatt auf pause hat er auf abbrechen quasi gedrückt oder beziehungsweise ja ich weiß es nicht genau also auf jeden fall war das war das dann zu ende und dann gucken wir mal hier in die zweite sache rein dann bin ich halt kommt noch hab das noch mal neu gestartet hier an dem punkt wie ihr seht und bin dann halt diese strecke hier alleine gelaufen das sind gps daten und dann hier wieder nach hause so und hier können wir nochmal sehen wo ich dann komplett alleine gelaufen bin lag bin ich sehr schnell gelaufen also also in anführungszeichen sehr schnell hier hatten wir mit 6 minuten und 4 sekunden die und 6 minuten und 2 sekunden die langsamsten runden hier zum beispiel habe ich nochmal einen kleinen endspurt hingelegt bis zum ziel und ja daraus ich habe die route natürlich nochmal nach zeichnet in komod und das ergibt eine gesamtstrecke laufstrecke ich kann das hier mal schließen an der stelle so ich habe es hier eingetragen also eine gesamtlaufstrecke von 11,56 kilometern ich bin gelaufen 67 minuten 67 minuten also das waren 40 sekunden da ich es gerade ausgerechnet habe weiß ich es noch also 67 minuten und 40 sekunden bin ich gelaufen macht eine durchschnittsgeschwindigkeit von 5,85 minuten oder 85 minuten pro kilometer aber hier sehen wir jetzt wieder die rückschritte also ihr seht hier hier habe ich 600 gramm abgenommen von tag vom 19.8 zum 20.8 aber vom 20.8 zum 21.8 habe ich 100 gramm zugenommen und hier nochmal 300 gramm zugenommen das kommt daher da zum beispiel gestern ich war mit meinem sohn spät noch einkaufen er hat wollte eine suppe haben hat sich so eine rindfleisch nudelsuppe geholt und die hat ihm nicht geschmeckt ja und anstatt ich sie weg kippe esse ich sie natürlich selber auf also hier habe ich um ja ungefähr ich weiß nicht es war schon relativ spät 22 uhr noch eine nudelsuppe mit rindfleisch quasi hier nochmal gegessen das war natürlich nicht so toll und ich glaube ja wir hatten noch aber ich habe diesmal tatsächlich darauf geachtet dass wir also nichts extrem ungesundes kaufen also keine zuckerhaltigen getränke keine zuckerhaltigen oder sehr salzigen lebensmittel also wir haben tatsächlich nur obst gemüse gekauft und ich überlege was war noch ja ein bio orangensaft haben wir noch gekauft und ja es war auf jeden fall ziemlich okay sage ich mal für normale verhältnisse also für kinderverhältnisse er hat natürlich gebettelt er wollte eine kohle haben hat er nicht bekommen er wollte was schokoladiges haben hat er nicht bekommen er wollte chips haben hat er nicht bekommen also ich musste da hart bleiben und auch keine pizza oder oder pommes haben wir haben wir diesmal komplett drauf verzichtet bin ich auch ganz stolz drauf dass wir das geschafft haben ja auf jeden fall wie gesagt die suppe die ich denke mal hätte ich die nicht gegessen dann wäre das hier gewichtsmäßig auch nicht so diese 300 gramm wieder rauf gekommen so auch nach dem lauf war ich natürlich schwerer obwohl ich hier wieder einen längeren lauf hatte das waren 94,1 kilo gestern 93,5 aber ich muss dazu auch sagen wir hatten wieder eine wasserflasche dabei und diesmal habe ich den großen anteil am wasser getrunken also mein sohn hat relativ wenig davon getrunken also ich schätze mal von denen ich weiß gar nicht ob da ein dreiviertel liter reinpasst oder ein liter also also ich sag mal wenn da ein liter reinpasst dann habe ich auf jeden fall mindestens 600 milliliter davon getrunken falls ein dreiviertel liter dann dementsprechend weniger aber auf jeden fall ja wie gesagt ich bringe meinen sohn knappen zwei stunden wieder nach hause und ja also dann geht wieder der geregelte alltag los heißt morgen wieder arbeiten und ja mal schauen wie es mit dem laufen wird also ich gehe mal davon aus dass die laufstrecke die ich dann morgen laufen werde wieder ein bisschen kleiner sein wird wir wissen dass hier ich glaube hier war auch wieder das wochenende wochenende laufe ich immer ein bisschen länger aber in der woche also ich muss mal hier zurück rechnen das ist jetzt sonntag freitag samstag freitag donnerstag mittwoch dienstag montag ja genau also das war dann hier sonntag sonntag und samstag also da bin ich mehr gelaufen und in der woche war es dann etwas weniger aber dafür die schritte mehr weil wir ich bin natürlich auch der arbeit auch gelaufen heute kommen bestimmt auch noch mal ein paar schritte dazu gestern kam ungefähr noch 2000 schritte dazu weil wir noch mal einkaufen waren und ja hier sehen wir auch noch mal eine kleine negativ entwicklung zwei zentimeter wieder dazu gekommen ja das ist nicht nicht toll aber wichtig ist dass das wir auf jeden fall weiter gelaufen sind und ja ich sehe natürlich wie das laufen besser wird also ich hatte auch heute keine schmerzen in der achillesferse oder achillessehne und was ich kurz gemerkt habe war mein linkes knie das wurde vor zehn jahren operiert da habe ich ein kreuzbandriss und meniskusriss gehabt und da hatte ich kurz schmerzen drin aber auch nicht lange das waren vielleicht so 200 meter oder so wo ich da schmerzen gespürt habe aber ja da das das ist das knie ist eigentlich ein bisschen also der der kreuzbandriss ist operiert worden allerdings musste der innenmeniskus entfernt werden also ich habe da keine dämpfung quasi mehr vom innenmeniskus her das muss halt meine muskulatur halten aber naja also wie gesagt früher war es schlimmer direkt nach der op also beziehungsweise nicht direkt also nach der reha phase da waren die schmerzen als ich dann wieder mit dem laufen angefangen habe viel schlimmer da tat mir nach dem laufen ungefähr zehn minuten das knie weh wenn ich dann in der badewanne wieder entspannt habe hat sich das dann wieder ein bisschen beruhigt aber jetzt wie gesagt ist alles ganz gut 22 200 meter kleiner kleiner druckschmerz das ist überhaupt kein problem so ja gut also summa summarum ach so ich sehe gerade ich sehe mein mein gesicht ist in der hier hier können wir die schritte sehen 9.910 schritte bisher also ich bin zum schluss also wo ihr gesehen habt diesen leichten sprint bin ich tatsächlich habe ich sehr sehr große schritte gemacht also das war vielleicht so die letzten 300 meter und ja da dadurch resultiert das auch dass hier so wenig schritte sind insgesamt glaube ich habe ich sowieso größere schritte gemacht beim joggen heute und ja deswegen die relativ geringe schritte anzahl bei der laufleistung ok was soll es dann gewesen sein ich hoffe das update hat euch wieder mal gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder beziehungsweise heute abend um 19.30 mache ich den nächsten skat stream da gibt es wieder die rangliste und auch den preiskart um 20.15 also wenn ihr bock habt schaltet ein falls ihr mich noch nicht abonniert habt würde ich mich extrem über ein abo freuen was kostenlos ist wenn ihr die glocke aktiviert bekommt ihr immer wieder nachricht wenn ich ein neues video hochlade und ja eine bewertung wäre natürlich auch ganz cool für den algorithmus so daraufhin sage ich jetzt tschüss macht's gut und wir sehen uns heute abend wenn ihr dabei seid tschau